In diesem Übungsbeispiel erkläre ich euch, was eine Verknüpfung ist und ich zeige euch verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Verknüpfung in Windows erstellen kann. Auf computerkurs.com findest du eine kostenlose Lernplattform. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen und klick bitte auf Kanal abonnieren. Wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare. Zuerst einmal die Frage, was ist eine Verknüpfung und woran erkennen wir eine Verknüpfung? Ich habe hier schon meine Dokumente auf den Desktop gelegt. Das Handout zu diesem Übungsbeispiel findet ihr unten wieder verlinkt, aber hier einmal die Übung dazu. Ich habe hier eine wichtige Datei. Das ist die Hauptdatei. Wenn ich eine Verknüpfung davon erstelle, dann bekommt das Symbol hier, dieses Icon, einen kleinen Pfeil nach oben. Im Dateinamen steht auch hier jetzt das Wort Verknüpfung. Wenn du aber eine Verknüpfung erstellst, könntest du den Dateinamen selbst wählen. Deswegen steht nicht immer Verknüpfung dabei. Das kommt auf euch darauf an. Aber am Symbol erkennt ihr, dass es eine Verknüpfung ist, weil dieser Verknüpfungspfeil dort ist. Manchmal hat man den Fall, dass man bestimmte Dokumente oder Ordner immer wieder braucht. Diese kann man nicht nur wie Ordner in den Schnellzugriff legen, sondern idealerweise erstellt man eben so eine Verknüpfung zum Dokument. Man kann häufig verwendete Dateien am Desktop verknüpfen, so wie hier zum Beispiel. Oder am Desktop einen VIP-Ordner oder Ordner wichtig oder häufige Dokumente oder wie auch immer ihr den benennen wollt, erstellen oder anlegen, wo alle oft verwendeten Dokumente einfach drinnen sind und verknüpft sind. Hier sehen wir noch einmal eine Originaldatei und daneben die Verknüpfung dazu. Es macht natürlich keinen Sinn, dass diese nebeneinander ist. Das soll nur herzeigen, wie man eine Verknüpfung erkennt, eben an diesem Symbol. So, jetzt ist die Frage, wie erstellen wir selbst eine Verknüpfung? Ich lösche hierfür einfach die ganzen Dateien wieder weg. Wie erstellen wir selber eine Verknüpfung? Ich habe hier einen Hauptordner. Im Hauptordner habe ich drinnen einen Unterordner, noch einen Unterordner und da drinnen ist diese wichtige Datei, die ich eben verknüpft haben will. Der erste Weg, wie ich eine Verknüpfung erstelle, ist dort, wo ich die Verknüpfung hinhaben will, zum Beispiel hier am Desktop, drückt man die rechte Maustaste. Vielleicht habe ich das noch nicht oft genug erwähnt. Wann verwendet man die linke Maustaste? Wann verwendet man die rechte Maustaste? Die linke Maustaste verwendet man, um Dateien oder Dokumente auszuwählen oder mit einem Doppelklick zu öffnen, hineinzugehen, zu bestätigen. Die rechte Maustaste verwendet man für Eigenschaften und für Funktionen. Die Funktion, die wir jetzt für uns haben wollen, ist, wir wollen neu eine Verknüpfung erstellen. Das heißt, der erste Weg, um eine Verknüpfung zu erstellen, ist, wir gehen in den Ordner hinein oder in diesen Ort hinein, in dem Fall ist es der Desktop, wo wir die Verknüpfung haben wollen, sagen, rechte Maustaste, neu Verknüpfung. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo wir gefragt werden, wo sich der Speicherort von diesem Element, was wir verknüpfen wollen, befindet. Mit Durchsuchen können wir jetzt hier unsere ganzen Dokumente durchgehen. In meinem Fall habe ich gesagt, am Desktop gibt es den Hauptordner. Wenn ich den aufblättere oder aufklappen lasse, sehe ich da drinnen den Unterordner, den Unterordner und die wichtige Datei, die ich verknüpft haben will. Mit OK bestätigen haben wir jetzt hier den Speicherort vom Element drinnen und mit Weiter können wir jetzt noch diese Verknüpfung umbenennen. Ich kann jetzt hier sagen, Direkt Link zum wichtigen Dokument. Mit Fertigstellen sehen wir jetzt hier Direkt Link zum wichtigen Dokument und am Symbol erkennen wir, das ist eine Verknüpfung. Das ist der erste Weg, wie wir eine Verknüpfung erstellen können. Die nächste Möglichkeit, wenn man am Desktop eine Verknüpfung erstellen will, also genauso wie hier jetzt, dann klicken wir in diese Datei wieder, wo wir die Verknüpfung haben wollen. Das heißt, zu dieser Datei wollen wir die Verknüpfung haben. Mit rechter Maustaste können wir jetzt ganz unten sagen, Weitere Optionen anzeigen. Was ich ganz besonders lustig finde, ist, auch hier wiederum, Microsoft hat über das alte Windows einfach drüber programmiert und das Windows 11 gestaltet. Das heißt, mit diesen Weitere Optionen anzeigen kommen wir nicht mehr zu diesem neuen Windows 11 Menü mit den ganzen schicken Symbolen, sondern wir haben unser altes Menü, was wir schon seit 20 Jahren kennen. Und dort gibt es etwas, was ich ein bisschen beim ersten vermisse, beim neuen Menü, nämlich die Funktion Senden an und hier gibt es Desktop-Verknüpfung erstellen, weil es meiner Meinung nach einfach in Windows 7 und in den Vorgängerversionen von Windows die schnellste Version war oder die einfachste für Anfänger vor allem, um auf dem Desktop eine Verknüpfung zu einem Ordner oder zu einem Dokument zu erstellen. Ich zeige das Ganze noch einmal her. Man navigiert zur Datei, die man verknüpft haben will. Rechte Maustaste, hier unten Weitere Optionen anzeigen. Bei Senden an gibt es hier Desktop-Verknüpfung erstellen. Wenn wir dorthin geklickt haben, kann ich das Fenster wieder schließen und ich sehe hier ist die Verknüpfung erstellt worden. Wichtige Dateiverknüpfung. Das ist immer der Standard. Das heißt, es wird diese Datei verknüpft mit dem gleichen Dateinamen mit Minus-Verknüpfung drinnen. Den können wir genauso wie Ordner mit einmal anklicken, kurz warten und noch einmal anklicken, einfach umbenennen. Dann haben wir einen neuen Dateinamen für diese Verknüpfung oder natürlich rechte Maustaste umbenennen, wie wir das wollen. So, dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, wie wir eine Verknüpfung erstellen, die ich gerne herzeigen würde. Dafür lösche ich einfach die zwei alten Verknüpfungen weg. Die letzte Variante ist aktuell, meiner Meinung nach, die eleganteste und schönste und vor allem für Anfänger fehlerfreiste Variante. Wir klicken zu dieser Datei hin, die wir verknüpft haben wollen. In dem Fall ist es diese Datei, wichtige Datei. Und wir kopieren diese Datei. Entweder hier oben über die Kopierfunktion oder rechte Maustaste auf der Datei kopieren oder mit STRG-C als Tastenkombination, die hier auch noch einmal in der Legende angezeigt wird. Also wir kopieren diese Datei, die wir verknüpft haben wollen. Dann navigieren wir dorthin, wo die Verknüpfung sein soll. In unserem Fall am Desktop zum Herzeigen. Und mit rechter Maustaste gibt es hier jetzt nicht nur so wie früher Einfügen, sondern es gibt hier die Funktion Verknüpfung einfügen. Das heißt, wenn ihr die rechte Maustaste drückt, gibt es von Haus aus keine Funktion Verknüpfung einfügen. Wenn ihr aber zuerst ein Dokument kopiert, dann in euren Zielordner geht es und dann die rechte Maustaste drückt, dann habt ihr hier diese Funktion Verknüpfung einfügen. Und ich habe auch hier schon wieder diese Verknüpfung drinnen, die ich, wie gesagt, mit Anklicken noch einmal umbenennen kann auf VIP oder was auch immer. Das sind die Wege, wie ihr eine Verknüpfung erstellen könnt in Windows. Schaut einfach, dass ihr die für euch am besten passende herausfindet. Und viel Spaß bei den nächsten Übungen. Kommentiere oder like das Video und abonniere den Kanal. Auf der rechten Seite kannst du gleich beim nächsten Übungsbeispiel weitermachen.